Freitag, 25. Oktober, 20.30 Uhr, Opel Arena, Mainz 05 gegen RCFC Köln, 3 zu 1. Robin Sintner, Aaron, Yari, Est-Joste, Daniel Prosinski, Moussa Niate, Robin Kouazison, Levin Betunalli, Pierre Mommalong, Riedel E. Baku, Jehan Paul Petius, Adam Sansalai, Timo Horn, Raphael Shishos, Jonas Hector, Kingsling, Hinsbue, Sebastian Renau, Noah Kattenbach, Niklasi Schindler, Louis Schaub, Elise Skachry, Florian Kainz, Simon de Roddy, 12.25 Uhr. Bonto, bom desejo.